Der Windischen Bach ist ein Bach im nordöstlichen Baden-Württemberg von 3,7 Kilometer Länge, der am Südrand von Oehringen von links in den Pferdelbach mündet. Geografie, Quelle und Verlauf der Windischen Bach entsteht am Nordabfall der Kolperberge des Meinharder Waldes zur hohen Urebene. Auf dem Gemeindegebiet von Pferdelbach entspringt er etwa 2,5 Kilometer südwestlich der Mitte des Zentralortes auf 326 Meter Ü. N.N. oben in der bewaldeten Holzklinge. Durch diese Klinge läuft der Bach, sich schnell eintiefend, nach Norden und erreicht nach einem halben Kilometer die Grenze zur offenen Flur. Links liegt hier in einer Wiesenmulde, über der sich im Westen Obstbäume den flachen Hang hochziehen, der Pferdelbacher Klingenhof. Neben dem der Bach durch einen über 0,1 Hektar großen Teich zieht. Während am rechten Ufer die Untergrenze des Waldes am steileren Burgberg dem Bach einen weiteren halben Kilometer folgt. Dann löst der Windischen Bach sich vom Wald und geht von einer dichten Ufer-Gehölzgalerie begleitet in eine Kurve nach Nordosten. Wobei er kurzzeitig rechts noch einmal ein isoliertes und sumpfiges Hangwaldstück unterhalb des Wohnplatzes Burghof berührt. Die inzwischen weniger prominente rechte Randhöhe des Wolfsbühls, Nordostausläufer des Burgbergs, folgt dem Bach weiter bis fast zum Windischen Bacher Friedhof. Die Talmulde wird auf diesem Abschnitt merklich breiter und das Gewässer fließt am Ende wieder in nördlicher Richtung. Wenig nach dem Friedhof erreicht der Bach den südlichen Ortsrand von Windischen Bach. Wo ein außer am untersten Lauf unbeständig wasserführender Graben von ca. 1,2 Kilometer Länge von links mündet. Im Dorfe dann läuft der Windischen Bach unterirdisch verrohrt unter der Bachstraße, hier fließt ihm bald ein weiterer, ähnlich langer Zulauf von Westen zu. Der Zwischenlindellberg im Süden und Goldberg im Norden entsteht und längs eines Feldweges durch das Klingenfeld in einem Graben fließt. Schon in der Gewerbezone am Nordrand Windischen Bachs wendet er sich wieder nach Nordosten, wird wiederum von einem unbeständigen Zufluss von etwa 0,8 Kilometer Länge von links gespeist, der im Bereich der Golberghöfe erreicht und verlässt dann Dorf und Gemeinde Pferdelbach. Bald schon begleitet von einer Baumreihe in einem schmalen grünen Streifen zwischen Äckern am Hang rechts und links. Am südlichen Bebauungsrenn Oeringens nimmt er nochmals zwei unbeständig wasserführende Feldweg Graben von links und rechts auf und mündet dann am Gewerbegebiet um das Steinsfeldle von links nach einem Lauf von 3,7 Kilometer auf etwa 224 Meter ynn in den Pferdelbach. Einzugsgebiet Der Windischen Bach hat ein Einzugsgebiet von etwa 5,0 Quadratkilometer Größe, das im Westen an das der mittleren Bradach grenzt und im Osten an das des aufnehmenden Pferdelbachs. Von der Mündung im Nordosten zieht die Wasserscheide nach Süden dicht am östlichen Ortsende Windischen Bass vorbei, auf einem Feldweg über dem Westabhang des Wolfsbühls, hoch zum Sporn des Burgbergs und dann zwischen Holzklinge und Loklinge durch den Buchenhau weiter bis zur Beginnendenflur. Hier wendet sie sich nach Westen und vor dem nahen Abfall ins Brettachtal nach Nordwesten und läuft über die bewaldete Ebene. Knapp östlich der Roten Steige steigt sie den Bergkamm hinab, passiert stückig und die Eichelhalde in deren Osten und überwindet dann quer zu dessen Ausrichtung den Lindellberg in dessen Osten. Danach wechselt sie hinüber auf die nordöstlich ziehende Kammlinie des Golbergs und erreicht auf dem östlichen Oeringer Fernberg ihren nordwestlichsten Punkt. Von diesem Ost zieht sie in östlichem Lauf wieder zurück zur Mündung. Am Bachlauf liegen nur der Klingenhof Windischenbach und ein Teil des an der Mündung berührten Gewerbegebiets im Oeringer Süden. Im weiteren Einzugsgebiet liegen noch Weißlendsberg, der Burghof Lindellberg und die Golberghöfe, diese alle liegen auf Verdelbacher Gemarkung. Auf Oeringer kommt noch hinzu ein Aussiedlerhof im Scherersgrund. Geologie Der Lauf des Windischenbachs liegt zur Gänze im Kuiper. Er entspringt in den unteren bunten Mergeln der Holzklinge. Durchschneidet in ihr schnell ein schmales Bend aus Schilfsandstein und bleibt dann bis zu seiner Mündung im Gipskuiper. Das Einzugsgebiet beginnt weiter südlich und höher im Kieselsandstein auf der Hochfläche um Buchhauen. Die sich beidseits der Holzklinge bis zu den Spornen des Burgbergs im Osten und der linken Klingenbacke südlich von Stückich erstreckt. Dieser recht breit, dem Burgberg weniger breit, ist eine Veräppnungsfläche im Schilfsandstein vorgelagert. Solche Flächen decken auch den Lindellberg und den Golberg. Der größere restliche Teil des Einzugsgebietes liegt im Gipskuiper, den vor allem am unteren Hang in der unteren Hälfte des Laufes löss überlagert. Punkt. Punkt. Punkt.